Ein Vierteljahrhundert nach der Premiere des ersten Mazda MX-5 zeigt die Marke auf dem Pariser Autosalon 2014 nun die vierte Generation des Roadsters. Mazda versucht seit jeher die Balance zwischen der Tradition des ersten und leichtgewichtigen MX-5 Sportwagens und den sich ständig ändernden technischen Gegebenheiten zu halten. Das neue Modell ist über 100 Kilogramm leichter und 10 Zentimeter kürzer als der Vorgänger. Im Verein mit dem 1,5 Liter Skyactiv Benzinmotor und der 50 zu 50 Gewichtsverteilung soll noch eine ordentliche Portion Fahrspaß dazukommen. Endgültige technische Details werden von Mazda demnächst bekannt gegeben. Endgültige technische Details